Ja, und hier ist so, wie es früher war, gut offen. Ich glaube, das ist schon, wenn man irgendwo die glücklichste Zeit seines Lebens hatte, einfach nur noch mal da zu sein, still zu sein, zu atmen, zu fühlen. Ja, wie wenn das Kind schon schaukelt, ne? Ja. Wenn es wirklich darauf ankommt und wenn wir unseren Mitmenschen das Letzte, was noch möglich ist an Humanität und auch an Menschlichkeit mitzugeben bei diesem Weg über die Brücke, wenn wir denen das aus finanziellen Mitteln verwehren, dann läuft in unserem Staat irgendwas fürchterlich falsch. Und das war der Knackpunkt. Nee. Kann ich abmachen? Ja. Aber auch, was häufig passiert, dass eine Fahrt durchgeplant ist, dass wir alles unter Dach und Fach haben, starten können. Dann bekommt der Fahrgast die Mitteilung, dass die Fahrt durchgeführt werden kann. Und in diesem positiven Gedanken schläft er dann abends einfach ein und wird morgens nicht wieder wach. Das kommt auch vorher. Mit Leuchtturm im Hintergrund. Ich war hier nochmal. Das ist super schön. Ja. Wir werden uns auch nochmal die Bilder angucken. Ich denke, hat nochmal eine andere Bedeutung oder weniger oder tiefer oder was weiß ich auch. was weiß ich nicht. Ich habe mich eben verabschiedet und habe gesagt, also wenn wir uns nicht hier sehen, dann irgendwo anders. Was? Was willst du sonst sagen? Die Leute noch. Was? Was willst du sonst sagen?